Allee, 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 All Ich bin der Flo vom Turmfunk. Ich habe das Spiel gesehen. Neben mir sitzt der Tom, ebenfalls vom Turmfunk. Zwar heute nicht in Turmfunk-Aktion hier, sondern privat für den Jahn-Blog, den ihr sehr gerne lesen dürft nach dem Spiel. Aber eben auch mit einem analytischen Blick hier auf das Geschehen. Und Tom, magst du vielleicht so kurz nach dem Spiel deine Emotionen freien Lauf lassen? Ja, ich genieße es gerade, wie die Mannschaft zum Auswärtsblock geht. Ich habe es sehr gut gefühlt. Es ist schön wieder für jeden, der dabei war. Und ansonsten bin ich irgendwie bedient und irgendwie auch nicht. Es war definitiv jetzt nicht schön anzuschauen heute, aber Sieg ist ein Sieg. Und den nehmen wir mit. Wann hatten wir das letzte Mal schon fünf Siege in Folge? Absoluter Traum. Wir haben es auch gerade im Turmfunk gesagt. Also eigentlich kann man sich die Augen reiben, gerade nach der letzten Zweitligasaison. Da, wo wir nicht so viele Highlights hatten, kann man sich da echt total glücklich schätzen zum Spiel heute. Mein Eindruck ist, wir haben immer in der ersten Halbzeit, wir hören hier gerade die Hallefans, die so ein bisschen Unmut ausdrücken. Mischung zwischen Unmut, ja. Aber man hat schon gesehen heute auch am Spiel, dass wer hier heute die Spitzenmannschaft ist von der Tabelle, wer die Mannschaft ist, die in der Tabelle weiter hinten steht. Weil der Jan, finde ich, auch in der ersten Halbzeit schon den Ton angegeben hat. Allerdings, leider, wie ich finde, ein bisschen drohtlos, wenig ertragreich. Also bis auf den Freistoß in der gut zehnten Minute von Christian Vieth, der an die Latte ging. Das war eine richtig gefährliche Situation. Und bis auf die Fastchance von Erik Hottmann gegen Ende der ersten Halbzeit, haben wir nicht so viele entscheidende, zwingende Situationen gesehen vom Jan. Auch weil uns Halle gut vom Tor weggehalten hat. Die haben gut verteidigt. Die haben, soweit ich es gesehen habe, in der Verteidigung auch eine Dreierkette gespielt, dann mit den Außen nochmal verstärkt. Also teilweise fünf, sechs, sieben Mann hinten massiert gehabt. Und das hat uns halt in der Mitte total gefehlt. Die haben immer den Pass in die Mitte nicht angebracht. Wir haben die Zehnerposition auch kaum gesetzt. Unsere Stürmer haben auf die Anspiel-Situationen gewartet. Und deswegen kam da wenig Ertragreiches raus in der ersten Halbzeit. Ja, absolut. Wie gesagt, ich würde halt auch sagen, man hat einfach so zwei verschiedene Seiten gesehen. Auf der einen Seite in der ersten Hälfte gute Spielkontrolle, schönes, hohes Pressing, die sich auch gut durchgekämpft haben. Aber es war halt einfach wie schon so oft in den letzten Spielen, Monaten und vielleicht auch Jahren, sehr brotlos. Und in der zweiten Halbzeit hat sich das dann insoweit geändert, dass es weiterhin brotlos blieb. Aber wir auch irgendwie die Kontrolle vom Spiel ein bisschen hergegeben haben. Weniger gepresst haben, wir so eine Art Alibi-Pressing betrieben haben. Und halt einfach auch unaufmerksamer geworden sind. So ist ja auch das 1-1 dann im Endeffekt gefallen. Der Ball kommt durch. Du meinst das 1-0? 1-0. Die Führung für Halle? Entschuldigung, hat auch genau 1-0 gefallen. Der Ball kommt irgendwie in der Mitte nochmal runter. Der Hallenzer kann ihn sich nehmen und ihn halt reinzimmern. Und irgendwie ziegelt sich, schaut dem Ball nur hinterher zum Beispiel. Und das ist halt sehr bitter. Das darf so nicht passieren. Und danach war eben genau, ist auch das eingetreten, was ich hatte. Da war die Luft raus. Also da hatte ich auch wirklich Angst, dass das nicht gut ausgeht. Absolut. Beim 1-0 ist mir aufgefallen, dass unsere Hintermannschaft einfach ein bisschen geschlafen hat. In dem Moment, wo der Hallenzer, der wollte ja erst schießen. Und der hat dann eigentlich seinen Stürmer angespielt bei dem Schuss. Und da war dann auch die Innenverteidigung indisponiert. Und da war aber auch Gepard auf dem falschen Fuß schon. Der war da schon in die eine Ecke unterwegs, war dann auf dem falschen Fuß. Und dann kommt der Baumann, der halt natürlich ein eiskalter Torjäger ist. Wir wissen es. Ihr Top-Torjäger von Halle lässt sich das nicht nehmen. Und die Innenverteidigung von uns hat einfach nicht aufgepasst. Auf den steht er wirklich zwischen Ziegele und Ballers pudelnackert, wie man so schön sagen wird. Und deswegen, ja, hieß es denn 1-0. Du hast gesagt, du hast ein bisschen Angst gehabt in Folge des 1-0, ich auch. Weil Halle hatte da mega gute Körpersprache, meines Erachtens. Die hatten da sich richtig was vorgenommen, hatten auch sich richtig reingeschmissen. Und dann kommt aber auf dem Nichts eigentlich fast. Also ich habe es wirklich nicht erwartet. Kommt da halt einfach ein Christian Vieth, wird in der Mitte schnell steil angespielt mal. und zieht dann einfach aus 30, 25, 30 Metern einfach mal ab. Und der Ball, ja, quasi Marketor des Monats. Okay, ja, das hast du besser gesehen wie ich. Ich habe in dem Moment auf etwas anderes geschaut. Ich glaube, ich wurde in dem Moment aus Schwachmacht beleidigt. Ja, ich war auf jeden Fall etwas überrascht. Ich habe nur unseren Pressesprecher eben schreien hören und dann habe ich das gesehen. Und war dann sehr erleichtert. War zwar nicht ganz beruhigt, weil ich immer noch ziemlich Bauchweh hatte. Weil ich gesagt, das war wirklich, also ich habe es erst verteidigen wollen. Aber ich habe gesagt, Leute, kommt, es ist nur eine halbe Stunde, es wird schon. Aber es war dann sehr, sehr blass. Und durch dieses 1-1 ist es dann schon wieder ruhiger geworden. Man hat immer noch das Gefühl gehabt, okay, der Jan will noch und der Jan kann auch. Bei Halle hatte man ja nie das Gefühl, dass die können. Da ging einfach nicht mehr. Da waren ja Haarsträumende Fehlpässe dabei. Aber das 1-1 hat das Ganze dann, wie du schon sagst, sehr beruhigt. Ich habe gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Das 1-2 hingegen habe ich dann wieder gesehen. Das war dann recht schön über die rechte Seite. Dann kam eine Flanke, ich weiß bloß leider nicht mehr von wem. Eine schöne Flanke zu Elias Huth. Ich habe es euch immer gesagt. Und ja, das war ein wunderschöner Kopfball. Darf man auch noch Conny Faber loben, der die Vorlage gegeben hat. Schön am 16. Eck reingeflankt. Aber bitteschön, was ist das für eine Geschichte mit Elias Huth, der ja hier gespielt hat in Halle. Der wurde ja ausgefiffen bei der Einwechslung. Also ich habe es ganz klar deutlich gehört. Ich muss mal dazu sagen, du hast gerade gesagt, Schwachmatt. Da wurde es mir leid. Wir sitzen hier mitten in der Hauptturbüde mit den Hallefans. Da merkt man natürlich schon ein bisschen Emotionen, die hier auch herrschen. Aber es ist doch eine interessante Geschichte, dass dann einfach dieser Elias Huth, der ja offensichtlich in Ingolstadt mega Selbstvertrauen getankt hat, da das 1-2 aus Sicht des Heimteams. Ja gut, wir haben ja auch heute im Endeffekt seit langem eigentlich mal das ausprobiert, wo er ja zum Beispiel auch Huth schon angab, was ihm geholfen hatte. Einfach die Doppelspitze. Und das kam ihm anscheinend mit Huth entgegen. Und dann kann das natürlich auch funktionieren. Und dann hat es ihm so funktioniert, wie sie das sich vorgenommen hatten. Ab da lief dann das Spiel so klassischerweise, wie wir es kennen, die letzten Wochen der jahnen Führung, kann kontern. Hätten dann noch die Chance gehabt, so auf ein, zwei gute Gelegenheiten. Auch Huth war da immer wieder gut dabei. Ich muss auch sagen, Huth hat seinen Gegenspieler heute, den Sechser von Halle, den Lofo Lomo, sehr, sehr gut. Der hat wirklich alles fast weg verteidigt. Da hat er auch Hut einen schweren Stand. Aber würdest du sagen, würdest du mir zustimmen, wenn du sagst, Enox hat quasi den Sieg eingewechselt, weil jetzt hat wieder mit Huth einer getroffen, der eingewechselt wurde. Das war ja gegen Ingolstadt auch ähnlich so. Da hat er eigentlich auch die eingewechselt, die dann letztendlich getroffen haben. Ob man das so sagen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber anscheinend hat er bei dem Wechseln zumindest ein gutes Händchen. Nein, das definitiv, das kann man so stehen lassen. Ob es jetzt genau daran liegt, kann ich jetzt nicht sagen. Elias Huth spricht unten gerade auch noch mit irgendwelchen Fans oder mit der Familie, keine Ahnung. Aber wie gesagt, auf jeden Fall bewahrt er da einen Beweiser, da ein sehr, sehr glückliches Händchen, was die Einwechslung angeht. Der Joe, das stimmt. An sich auch, wie gesagt, Joe auch wieder sehr aktiv an der Seitenlinie und etwas selten ist heute auch bis heute auch gelb kassiert, weil er sich ja wirklich aufgeführt hat wie ein Rumpelschitzchen. Also er war nicht zufrieden, muss auch fairerweise heute sagen, weil ich es ja immer mal wieder erwähne und das kann man auch jetzt auch mal wieder sagen. Der Schiedsrichter war heute gut. Also ich fand, er hat eine gute Arbeit geleistet, er hat noch manchmal unglücklich gewirkt. Aber ansonsten war das auch eine gute Leistung. Nee, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe es auch im Turmfunk jetzt gesagt. Schiedsrichter für mich sehr souverän, sehr cool, die Situation moderiert, klar. Und was man natürlich dazu sagen muss, das Spiel war schon emotional. Man hat ja gemerkt, für Halle geht es um einiges. Die waren richtig on fire, die sind im Abstiegskampf. Nach dem 1-0, das dann gedreht wurde, waren die richtig sauer und haben dann schon auch gegiftet. Und da die Ruhe bewahrt zu haben, da muss ich sagen, hat er viel souveräner gelöst als jetzt der Vertreter der Zunft letzte Woche. Und man muss auch vorher auch immer dazu sagen, das Ding ist, das hat er wirklich einfach unglücklich ausgeschaut. Zum Beispiel, ja, da habe ich dich ja schimpfen hören, einen Platz weiter über mir, bei dem letzten Fall von Robin Ziegeli. Er erwischt ihn nicht, aber Ziegeli darf halt auch das Bein nicht so hoch ihm aus. Das könnte er auch böse ausgehen können, aber er hat ihn halt nicht troffen. Wenn er nicht trifft, trifft er nicht, aber ausschaut, tut es natürlich, als hätte ihm das komplette Gesicht weggegrätscht. Es hat auch so ausgesehen, deswegen habe ich mich aufgeregt, weil dieser Baumann so geschauspielert hat. Der ist dann sofort wieder aufgestanden. Die sind natürlich auch clever, die Hallenser. Die wissen, wie man Zeit von der Uhr nimmt, beziehungsweise wie man die Situation für sich ausnutzt. Und es wäre ja auch noch mal fast vielleicht schiefgegangen. Am Ende gab es auch noch mal ein, zwei, drei brenzlige Situationen, aber da haben wir dann auch das Verteidigungsglück auf unserer Seite gehabt. Verteidigung stand auch sicher, da gab es zur Halbzeit ja auch einen Wechsel. Bittroff für Ziegeli, wie bewertest du den Wechsel? Ich finde, meine These vorerst noch, weiß nicht, ob du da zustimmst. Ich finde, es hat Stabilität gebracht sogar. Das kann, weiß ich jetzt ehrlicherweise. Ich fand tatsächlich mit Bittroff ein bisschen stabiler wie Ziegeli. Auf der anderen Seite weißt du aber natürlich auch nicht, ob Bittroff das hätte noch weitergehen können. Ob das jetzt nur wegen der Leistung, in Anführungszeichen, war oder ob es wegen der Fitness war. Also ich fand Ziegeli doch ein bisschen unsicherer wie Biete. Aber wie gesagt, das ist natürlich die andere Frage. Weil er mag unsicherer gewirkt haben, aber er konnte die zweite Halbzeit komplett mitgehen. Es bringt ja nichts, wenn jemand anderes sicher ist, aber halt eben nicht mehr mitspielen kann. Weil wir hatten ja auch eine Doppelabsicherung die meiste Zeit während dem Spiel. Und da hattest du ja auch das Problem, dass da mindestens Salah mit hinten bleiben musste, weil du Bittroff keinen Sprint machen lassen kannst. Also kannst du schon, aber schau dir das aus, du solltest dich in Tanker in Bewegung setzen. Und das ist halt deswegen, also grundsätzlich hat mir Bittroff schon besser gefallen. Aber ob er eben für die zweite Hälfte der richtige Mann gewesen wäre, da bin ich dann bei dir. Da hat dann Ziegeli schon besser ausgesehen. Ich muss auch nochmal die Situation beim 1 zu 0 nochmal genauer anschauen. Nicht, dass ich jetzt ziegele über den grünen Klee-Loop und dann, also ich schaue es mir nochmal an und dann komme ich zur Bewertung. Ja, das kann man jetzt, boah, weiß ich jetzt nicht. Also das muss man schon mal dazu sagen, man kann halt eigentlich niemanden richtig über den grünen Klee-Loop. Dafür war es einfach zu schlecht. Also das gleich trifft es am besten, es war zu schlecht. Also hätten wir da jetzt einen anderen Gegner gehabt in der nächsten Woche, Preußen, Münzen, die gleich doch ganz giftig sind oder Dresden, hätten wir heute wahrscheinlich richtig auf den Arsch bekommen. Aber für das heute hat es gereicht. Sie haben jetzt auch nicht so schlecht gespielt, wie es schon wieder manchmal irgendwo verlautbart wird. Also sie haben schon ganz gut gespielt, aber sie meinen sie zusammenreißen. Das, glaube ich, trifft es ganz gut. Aber trotz allem wieder das Spiel gedreht. Wie bewertest du das jetzt so als Mutmacher? Also jetzt scheinen wir wieder so ein Team zu sein, das sich da im Gegensatz zur letzten Saison wieder von Rückständen nicht entmutigen lässt. Das stimmt, aber ich muss schon fairerweise dazu sagen, ich weiß nicht, ob das so ein Mutmacher ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft zufrieden ist. Also ich bin es irgendwo nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil sie sich nicht in die Position hätten bringen lassen müssen, weil sie so schlampe gespielt haben und so weiter. Aber es ist zumindest schon mal aufgebaut, dass man sieht, wie du schon sagst, sie können noch dagegenhalten und geben nicht auf. Also es ist so eine Mischung. Ich bin auf der einen Seite da voll bei dir. Ist es ein Mutmacher? Ja, okay. Aber man müsste sich auch gar nicht in diese Position bringen. Und da müssen sie definitiv dran arbeiten, meines Erachtens nach. Schönes Fazit zum Schluss. Würde ich auch so unterschreiben. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wir stehen super da. Und ja, wir müssten die richtigen Schlüsse draus ziehen, weil natürlich jetzt nicht alles so top war. Aber ich denke mal, Enox und die Jungs sind auch nicht zufrieden und werden ja nicht abheben. Wie soll man das so schön sagen? Das könnte es eigentlich ganz einfach sein. Du hast gesagt, das richtige Fazit sind kurz und knackig gesagt, einmal bringen wir nur durch den TÜV, aber dann müssen wir sich vielleicht ein neues kaufen. So nach dem Motto. Also das bringen wir jetzt schon da durch, das passt schon, aber es muss definitiv, darf nicht so weitergehen die nächsten Wochen. Also es muss stabiler werden, muss aggressiver werden, muss, also nicht aggressiver, sondern halt zielstrebiger werden, muss offensiv besser werden. Es gibt einiges zu arbeiten. Aber man kann schon auch mal sagen, hey, wir sind an der Position, wo wir sind. Da können wir auch zufrieden sein, da müssen wir sich nicht verstecken. Dein Wort in das Teams Ohr. Damit soll es es für uns heute hier gewesen sein. Wir hören uns demnächst wieder bei 1889 FM. Macht es gut. Macht es gut. Servus. Salah war da still unterwegs und hat sich den Ball zu weit vorgelegt. Und dann geht es Hucki-Zucki bei Halle. Aber schlecht abgeschlossen am Ende. Und wir, also der Jan, kann wieder nach vorne spielen mit Fied. Oh, der mal abzieht. Tor! Jawohl! Ja, Wahnsinn. Was für ein Traumtor. Wahnsinn. Was für ein Traumtor von Christian Fied. Wahnsinn. Der hatte Wut. Der hatte Zug. Boah, aus dem Nichts. Und der Jan muss wieder aufbauen. Möcht Salah über links. Schön. Kota vorbeigelegt an seinen Gegenspieler. Zieht die Mitte. Gut, legt ab. Ah, jetzt Faber am 16. Eck. Hebt nochmal rein. Ja, Tor! Ja! Und es ist Elias gut. Ja, nimmt Tempo raus. Hat nochmal auf Fied gegeben. Nochmal Doppelpass. Oh, leck. Fied hätte schön. Einfach in die Spitze spielen müssen. Jetzt kannst du mal abpfeifen. Jetzt sind wir schon fast eine Minute drüber. Ja, Hasenhüttl nochmal angespielt worden. Bulisch dazwischen. Und jetzt gibt es nochmal die Ecke. Das muss doch mal jetzt aus sein. 95. ist es drüber. 94. wird angesagt. 95. Jetzt geht alles nach vorne. Ja, alle sind 16er leider. Vom Jan. Und jetzt kommen sie nochmal. Mal die Ecke. Aber ja, wir müssen klären. Tun wir nicht so richtig. Das muss es einmal gewesen sein. Jetzt pfeift er ab. Jawohl. Aus. Weil Lofo Lomo da, Abpraller, scheitert mit seinem Distanzschuss. Und dann ist das Ding durch. Allee, 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 Allee Vielen Dank.